Ich glaube, wir haben noch ein weiteres Produkt für mein Hochzeits-Make-up gefunden. Schau dir bitte diesen Glow an. Alle reden gerade über den viralen Purse Skin Trend und ich zeige dir, wie einfach du den hinkriegen kannst. Nachdem ich mein Gesicht mit dem neuen Hyper Real Fresh Canvas Cream to Foam Cleanser von MAC gereinigt habe, ist die Haut bereit für die Pflege. Dafür geht es weiter mit dem Hyper Real Serumizer und unbedingt den Hyper Real Skin Canvas Balm. Ich starte mit der super bekannten und beliebten Strobe Cream und im Anschluss die Studio Radiant Serum Powered Foundation, das Highlight. Das Mineralize Skin Finish in der Farbe Lightscapade und das gibt dir diesen permutartigen Glow in dein Gesicht. Schau dir bitte diesen Glow an.